so wenn wir schon hier sind und ich keine möglichkeit habe zu speichern dachte ich mir mal ich nehme das direkt wieder auf und sage auch schon mal hallo und willkommen zurück zu carrion so ok nein 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 ich wollte dennoch gar nicht essen ich wollte ihn ich essen will ich ihn doch gar nicht ich will ihn einfach nur nach da oben befördern ok so ohne dass der jetzt runter rutscht ich mache das nämlich allzu gern und ich finde das recht easy wenn ich das einfach so mache so die frage ob jetzt schon alle ausgestattet haben dadurch ok die habe ich immer noch am liebsten denn die kann ich einfach packen und wird um die gegend rumschleudern ok was passiert denn wenn ich jetzt mich verkleinern moment und kann ich gar nicht ok moment dann mache ich mich jetzt aber erstmal wieder größer nein das wollte ich nicht ich wollte wieder das zurückholen ne da lang ah der letzte speicherpunkt schön beziehungsweise letzte masse die wir holen müssen um den bunker zu öffnen äh jetzt sind wir hier wieder aber wir können noch da lang aha jetzt haben wir hier mehr wasser mehr wasser also mehr ja ok das war schlecht aber egal jetzt erfüllt es weg ich will doch einfach nur bisschen saft haben ah jetzt sind wir hier ok hier ist jetzt alles voll wasser wir haben wieder energie hier kommen wir jetzt nicht zurück das heißt wir müssen jetzt wirklich oben lang gehen moment das stimmt jetzt aber irgendwas nicht moment hätte ich ihn gar nicht essen dürfen kann ich dich mitnehmen kann ich nicht euch kann ich jetzt leider ach moment aber dann bin ich ja wieder klein aber trotzdem ausprobieren die wasser weg die wasser weg dann mit dem wieder umlegen allerdings weiß ich jetzt gar nicht okay jetzt kommen wir aber jederzeit wieder dahin moment ich bin gerade am überlegen vorsichtshalber mal abspeichern was passiert eigentlich wenn ich zwei auf einnehme also zweimal diesen sprengkopf mal ausprobieren ach ok zwei hält er nicht aus jetzt wissen wir auf jeden fall bescheid aber ich habe gesehen wir können da rechts leider lang daran habe ich jetzt gar nicht dran gedacht also hier so nochmal vorsichtshalber ein bisschen saft wieder mitnehmen hoppa zum aus das ist einfach zu groß moment so jetzt da rein und dann können wir endlich diesen ort hier verlassen bin jetzt mal gespannt wo wir jetzt rauskommen unkastatus sicher jetzt nicht mehr dass ich aber hier runter gehen kann verstehe ich jetzt gar nicht wir können sowohl jetzt nach links als auch nach unten aber warte mal ach hier sind wir hier war ich ja schon lange nicht mehr das ist der erste ort wo wir zum ersten mal die vision von den menschen hatten hallo moment ich will da ich will ich möchte er ist einfach zu groß ich möchte gerne den schalter umlegen ja hallo ich möchte euer freund sein okay ich kann das nicht kaputt machen das wundert mich jetzt sind wir wieder hier ey ey er ist einfach zu groß ah warte mal war hier nicht auch noch ein sprengkopf ach guck mal da waren wir auch schon lange nicht mehr moment oder der ist einfach wieder gekommen ja aber hier war ich ja schon ich bin ehrlich ich hab mich jetzt ah jetzt sind wir hier unten ach moment mal hier sind wir jetzt das ist der erste ort den wir waren ey ist einfach zu massig ähm ich frage mich gerade aber echt jetzt nur ich glaube nicht dass wir hier lang müssen wir waren moment ich muss mal kurz überlegen wir waren wir waren hier kann das sein dass wir wieder zurück müssen ja verlorene proben 50% das heißt da ist noch irgendwas denn da komme ich ja auch noch nicht rein ah aber hier ist einfach nichts okay nochmal hier rumlaufen das ist das erste gebiet wo wir waren da liegen sogar noch fleischige überresten okay fragt sich jetzt nur was wir hier nochmal machen müssen ich glaube da war nämlich auch noch einiges zu tun ne da kommen wir nicht mehr lang da ist auch nichts mehr und da kommen wir nicht hin hier ist auch nichts mehr ich hatte eigentlich gedacht dass hier vielleicht was ist aber ich glaube da müssen wir doch nicht hier lang wo müssen wir jetzt hin wir können ja nur irgendwie was hier machen hier unten ist nichts oh der ist einfach zu massig zu massig wenn wir von hier kommen sind wir dann da was ist denn unten wohin kommen wir hier links hier waren wir aber auch schon das war jetzt schon ein bisschen näher aber wir waren hier schon okay Hä? Der ist auf jeden Fall zerstört. Da haben wir nichts mehr. Da müssen wir nichts mehr machen. Hä? Habe ich hier wieder am Leben gelassen, dass ich selbst hier noch Geräusche höre? Kann doch gut möglich sein. Ja, habe ich auch sogar. Ich bin gerade ehrlich, ich bin gerade echt am verzweifeln, wo es denn weitergeht. Die Uranmine, da ist auch noch ein Tor zu. Ich bin gerade ein Tor zu. Ich bin gerade ein Tor zu. Hm. Nee, hier war nix mehr. Wieso haben wir dann links eigentlich noch was? Was haben wir denn hier rechts noch? Na super. Okay, da links ist auch nichts mehr. Heißt ja dann, dass wir hier nichts mehr machen können. Jetzt gehe ich auch gerade wieder im Kreis. Was? Moment. Waren wir da schon? Eindämmungseinheit Nummer 3. Hier waren wir noch nicht. Das sieht auch gut aus. Da können wir noch nichts machen. Moment mal. Wenn ich jetzt da hoch gehe, komme ich einfach nur nach. Dahin zurück. Okay, aber dahin will ich jetzt nicht zurück. Ich möchte nochmal nach da unten hin. Kann ich Biomasse abgeben? Das ist bestimmt, glaube ich, gerade ein Rätsel. Ich habe das Gefühl, das hätten wir dann eher machen müssen. Denn dafür bin ich gerade einfach ein bisschen zu groß. Ah ne. Ich kann ja hier die Biomasse abgeben. Das ist ja gut. meinen, dass da auch noch ein Laser ist. Kann ich da während ich unsichtbar bin Saft ziehen? Kann ich aber nur einmal machen. So, dann müssen wir das ganz, 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 ganz schnell machen. So. Ne, das geht... Moment. Eigentlich ist die Folge schon vorbei, aber das rätsel mich jetzt ehrlich gesagt noch mit lösen. Oder muss ich dafür noch kleiner sein? Ah, das geht auch. Okay. Ah, nein, nein, nein. Hm. Moment. Achts, Mist. Da muss ich aber wirklich schnell sein für... Okay, so geht das nicht. nicht. Okay, genau. Da geht auch. Kann ich ja nur dann öffnen. und... Ach, scheiße. Oh, sorry. Scheiße, wollte ich gar nicht sagen. Hm. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Oder ich muss richtig klein sein. Oder ich muss richtig klein sein. Aber so klein kann ich mich jetzt leider nicht machen. Ich probiere noch mal kurz was aus, dass ich mich so verstecken kann. Aber... da bin ich einfach zu groß. Und ich kann mich ja leider nicht so verstecken. So, ich probiere mal kurz was aus. Nee, die will ich jetzt nicht essen. So, aber ich mache das anders. Während ich versuche, mich jetzt irgendwie kleiner zu machen. Und da wieder hinzugehen. Könnt ihr das nächste Mal dann wieder einschalten, wenn es wieder heißt. Das große Fressen möge weitergehen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal bei Carrion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.